Wir begrüßen Sie in der S5 nach St. Gallen-Brucken, St. Gallen-Winkeln, Gossau, Weinfelden. Turbo wünscht Ihnen eine gute Fahrt. St. Gallen-Brucken St. Gallen-Winkeln Nächster Halt, Gossau. Dieser Zug fährt weiter als S5 nach Arneck, Hauptwil, Bischofszell, Stadt, Weinfelden. Arneck Hauptwil Bischofszell, Stadt Sitterdorf Bischofszell, Nord Kradolf Sulgen Bürglen Weinfelden Endbahnhof Turbo bittet alle Reisenden auszusteigen und verabschiedet sich von ihnen. Bischofszell, Natur